Wir sind eine SAP-Firma. Wir arbeiten vor allem mit Standartlösungen und haben unsere Toolbox ganz klein und eng halten können. Das hat vor allem Kostenvorteil. Es gibt aber Gebiete, wo eine Standartsoftware einfach nicht reicht. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Seitenfassung, Personaleinsatzplanungen, wo die rechtlichen Begebenheiten, aber auch die Anforderungen für unsere Prozesse im Verkauf so komplex und vielfältig sind, dass wir eine eigene Entwicklung machen mussten. Ergon hat sich sehr schnell in diese Thematik reingedinkt. Prozesse kennen wir selber sehr gut. Sie haben aber technisch gutes Know-how, gute Methodik, die wir entwickeln. Und wir haben dieses Projekt in vernünftiger Zeit angepackt. Wo steht GOP in fünf Jahren und wie kann Ergon GOP helfen? In fünf Jahren wird ein stationäre Handel, wenn wir ihn hier sehen, immer noch ganz wichtig sein. Noch wichtiger und entscheidend wird sein, wenn man physischen Handel und Internetmöglichkeiten miteinander verbindet. Was wir am Kunden bieten möchten, ist ein perfektes Omnichannel-Erlebnis. Weil für den Grupp-Supermarkt für Interdiscount Lösungen ab Stangen geschaffen worden sind, müssen wir diese neu miteinander verbinden. Das gibt es nicht ab Stangen. Da brauchen wir eine eigene Entwicklung. Aus unserer Erfahrung ist Ergon ein perfekter Partner, unsere eigenen Entwicklungen zu schaffen.